. Grüß Papi. Ist das der Ort, wo du dein Geld versteckst? Du erzählst es aber nicht gleich weiter. Wieso bringst du es nicht auf die Bank? Auf die Bank? Völlig unsicher. Wenn die Banken hops gehen, ist mein ganzes gutes Geld futsch. Aber nicht, wenn wir die Vollgeldinitiative annehmen. Unsere Bankkonten werden dann absolut sicher. Stimm Ja zur Vollgeldinitiative. Dein Geld, deine Sicherheit, deine Zukunft. Wenn das Geld auf der Bank ist, kannst du wieder beruhigt schlafen. Oh, ich will trotzdem. Keine Angst. Ich habe dir jetzt eine neue. Beide. Beide. Beide.